Ist doch gar kein Druck oder sowas ähnliches, ne? Folgt mal auf TikTok, dann seht ihr was. Habt ihr gar nicht gesehen, was mit dem McLaren war? Der ist einfach rumgehüpft. Und Vorderradbremse? Echt jetzt? Echt jetzt? Ui! Mike hängt den Kies fest. Nein! Ich glaub, Mike ist hier auf Hand. Los, raus hier! Mike kommt links auf die Kies. Ich versuch's, aber ich komm grad mit einem Karma. Sorry, ich hab versucht. Scheiß hast du versucht. Mike! Mike, auch wieso hast du wenigstens den Grip, wenn ich nach rechts fange? Also bist du auf die Kies drin? Wenn du links auf die Kies fest kannst du eins davon. Ey, das funktioniert! Let's go! Was? Wo bist du? Ja! 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 Welcher Oberarfe war das? Ich komm mal! Jetzt sind sie schon wieder im Kies! Ich war fast draußen! Erdi, Erdi hat ihn da reingefallert. Wer ist die 13? Erdi! 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 Wampel! Das E-Renne ist eh vorbeuglich. Mir scheißegal, ich bin eh raus! Ich will raus! Ich muss raus! Ich muss raus! Ich muss raus! Was? So, ich geb Brasilien ein. Und das Spiel sagt mir, Speichelfeld geschlagen, verbotene Nutzung von Schimpfwörtern. Mischen sehen darfst du es nicht nennen. Hä? Seit wann ist Brasilien ein Schimpfwort? Hä? Sag mal, hat der Praktikant von Kupmasters zufälligerweise die Branche gewechselt? Ah! Da steht ein Red Bull quer. Und ein McLaren ist raus! Cyberpunk hat's erwischt! Quersteher! Faust 10! Delta! 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 Ich hab's gewusst! Ich hab's gewusst! Ich hab da richtig Bock drauf! What the fuck! Leander portet sich zurück und... Alter! Der ist bestimmt... Der ist bestimmt... Der ist nur raus und reingetippt! Ja! Alter! Da passt doch noch einen College-Block davor! Abgeflonken, der Top! Oh mein Gott! Ich fahr' an die Seite! Keine Sorge! Digi, ich brems' nur leicht! Also, ähm... Rage sagt, die Übersetzung soll man lang machen! Aha! Was für die Übersetzung? Kann ich auch mit 60 FPS fahren? Ach ne, tue ich schon! Die sind auch fahrbar! Die sind auch fahrbar! Die sind auch fahrbar! Die sind halt wirklich fahrbar! Das geht nicht! Und wenn ich mir den normal schiefe, dann kann ich... Boah, ich nehm' der Schild mit! Ne, ich schwör' die Haken! Maaaain! Das ist ein verfickter Kerb! Was soll die Runde an die Box? Ich sag' das scheiß Pisskörper, Alter! Ich reiß' den persönlich ab! What the hell! Das stand gerade in... In der Schnellschikane stand da eben allen Ernstes ein Stück von der Tech-Pro-Barriere raus! Was ist mit diesem Game?! Das ist kein Game! Das ist ein Krampf, Alter! Ich hab' mir noch einen, ähm... aus dem 3D-Drucker einen Schlüssel für die V3-Pedale zur Einstellung bestellt! Warte, Mike hinten rein! Die Schnauze! Ey, nicht mehr! Boah, ihr könnt... Was ist denn hier passiert? Kann's ja auch keiner erzählen! Gibt's hier, ähm... Doppelter Windshot? Windshot gibt's ja! Also, die Karre... Die Karre ist sich an! Einmal! Eeeh... Das ist einfach doch geil! Aaaahhhh... Piss... Du bist echt im Kies! Du hast den Tag überschlagen, Alter! Ich bin im Kies. Das war nicht schon, Mike! War das der Schlafmützen, Zocker? War das der... Naja, ich hab mich überschlagen! ARD Text im Auftrag von Funk